Hallo Kinder! Wir haben uns jetzt schon ewig nicht gesehen. Ich hoffe, ihr dürfen alle bald wieder in den Kindergarten gehen. Und weil ich das Stopp-Tanzspielen mit euch schon so vermisse, habe ich mir gedacht, ich singe euch jetzt ein Lied. Ihr dürft gerne alle mitsingen. Mal leise, mal laut, nicht zu laut, damit ihr ein bisschen auf die Ohren von Mama und Papa Rücksicht nehmt. Mittanzen, mithüpfen, mittrampeln, was ihr wollt. Viele von euch kennen das Lied wahrscheinlich schon. Es ist nämlich das Dino-Lied. Und los geht's! Weil ich kann's nicht glauben, was ist das von mir? Es ist ein Dino, ein Dino-Dino, ein Dino-Dino-Saurier. Es ist ein Dino, ein Dino-Dino-Saurier. Seht ihr seine Kallen? Wenn er die Branche hebt, setzt er sie dann nieder, wie die Erde bebt. Seine großen Füße tappen auf mich zu. Seine großen Füße tappen auf mich zu. Dino-Saurier. Doch die Augen blinzeln mich ganz freundlich an. Schau, beim Lächeln zeigt er seinen riesen Zahn. Auf und nieder schlägt er seinen Schuppen-Schwanz und am Ende dreht er sich im Dino-Tanz. Es ist ein Dino, ein Dino-Dino, ein Dino-Dino-Saurier. Es ist ein Dino, ein Dino-Dino, ein Dino-Dino-Saurier. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Nicht vergessen, mit tanzen, mit singen, mit hüpfen. Natürlich nur bei Will. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.